das neue flyer uprock x flyer die schweizer marke die marke die schon am längsten gibt im ebike bereich die serienmäßig am längsten ebikes bauen immer in der schweiz in hutville hier das neue uprock x 6 1 0 früher gab es das uprock 3 4 6 und 7 und jetzt haben wir das uprock x das panasonic modell mit einem neuen motor wir haben hier den panasonic gx ultimate profit also neuer motor mit sage und schreibe 95 newtonmeter größere akku konzepte und viel mehr möglichkeiten volle integration des akkus bisher hat der panasonic akku immer auf dem rahmen gesessen bei dem modell jetzt integriert seitlich wird er eingebaut das zeige ich später noch mal im video wie er rausgeht ganz einfach ist natürlich so noch besser vor erschütterung geschützt was haben wir weiter neue display optionen wir haben ein kleines display in farbe ein größeres zwei zoll display in farbe und im zubehör was gibt es noch neu ein adapter ich kann auch einfach das handy anklicken wenn ich das gerne möchte wo sind eigentlich die unterschiede beim display nur die größe außer dass ich beim handy noch eine bessere navigation habe bei den anderen display ist nur eine feil navigation wenn ich das mit dem handy verbunden habe beim handy dann auch richtige kartenfunktion das ist der hauptsächliche unterschied ansonsten nur ablesbarkeit und wie gesagt die größe selbenmäßig haben wir ab dem modell 6 1 0 auch die höherwertigen modelle immer den 750 watt schon akku das 2 1 0 einstiegsmodell hat immer 630 wattstunden so wie die größe es bei allen modellen das ist bauerbedingt nicht anders möglich kostet dann auch wieder ein paar hundert euro weniger aber kleine personen sind meistens ja auch leichter und dann reicht das wiederum habe ich immer die möglichkeit einen range exzender einzubauen mit 540 watt extra also habe ich 750 oder 630 plus die 540 wattstunden wie kann ich auch noch meine bereichweite erhöhen ich habe hier die schönen modis wie es früher schon war die unterstützungsstufen einzeln einzustellen vielleicht ist mir der eco zu schwach vielleicht ist die andere zu stark ich kann es selber einstellen im display im menü brauche ich kein handy dazu das modell bietet sowieso viele möglichkeiten was kann man sich noch holen ob man es braucht oder nicht muss jeder selber wissen zum beispiel kann ich mir holen bluetooth druck sensoren und immer zu sehen wie viel luftdruck habe ich einfach eigentlich auf dem fahrrad ist natürlich mega wichtig ob man es braucht das gibt es im zubehör jetzt ein gimmick was richtig cool ist es gibt auch ein gps gerät kann man sich auch nachrüsten wird hier eingebaut mit gibt es auch im zubehörshop liegt bei circa 200 euro dann habe ich das fahrrad gleich der gps auf dem display selber ist immer ein qr code den kann ich einscannen und jeder hat seine connected to your ebike card und kann das fahrrad damit mir aufs handy holen und damit auch sperren oder nicht sperren die karte ist bei jedem rad dabei was haben wir weiter wir haben hier einen carbon rahmen also alles carbon das macht natürlich optisch schön optisch sauber also auf jeden fall ein mega modell die alten modelle waren schon toll jetzt halt im moderneren kleid möchte ich mal sagen die 95 newtonmeter ist natürlich eine wucht man merkt wie es abgeht wir haben vier unterstützungsstufen unter anderem den automatikmodus da macht er die stufen selber das ist ja hier immer verbreitet bei panasonic war von anfang an so was es noch als besondere funktionen gibt bei den vier unterstützungsstufen ist der eco modus so wie man das kennt sparmodus aber manchmal brauche ich vielleicht doch den kleinen schub dass ich nicht extra durchs ganze menü klicken muss bis ich endlich im high oder turbo modus bin kann ich die schiebehilfe gedrückt halten und plötzlich zieht der motor stärker an und geht ganz kurz in den high oder turbo modus nur wenn ich mal irgendwas schnell überwinden möchte um nicht extra wie gesagt durchs ganze menü zu schalten auf jeden fall eine schöne sache das display selber hatte ich eben schon erwähnt kann man natürlich auch abklicken das ist kein thema alles werkzeug los eine schöne geschichte ich habe sehr gut ablesbare zahlen die sonne scheint auch gerade ich kann schön mit einem joystick durchs menü gehen ich habe die üblichen werte was ihr kennt uhrzeit reichweite geschwindigkeit und so die ganzen tageswerte daneben habe ich natürlich auch die trittfrequenz ich kann herzfrequenz anschließen wenn ich gerne das überwachen möchte ich habe eigenleistung in höhenmesser drin also wie auch beim alten system echt schöne interessante werte die man nutzen kann aber wie immer nicht muss genau ansonsten kann ich beim joystick ein vibrationseffekt einstellen wenn ich das gerne möchte mir gefällt es jetzt nicht so aber manchen gefällt das vielleicht so zur weiteren ausstattung des fahrrads neben den kompletten carbon rahmen habe ich hier ein schönes fox fahrwerk mit einer shimano vier können bremse shimano schaltung alles solide gut ich kann natürlich nach oben gehen und sagen nein ich möchte es ram access per funk sattelstütze elektronisch all solche sachen sind möglich also es geht natürlich weit nach oben heutzutage wie immer keine grenzen die verfügbarkeiten sind definitiv schlecht also wir haben über ein jahr gewartet auf das rad es ist auf jeden fall ein sehr besonderes rad so wie die alten u prox auch waren was haben wir weiter verbaut neben den fahrwerk bremsen schaltung haben wir auch tubeless felgen tubeless reifen hier von uns bei dem 6 1er modell wir haben ein 6 ampere ladegerät dabei zumindest bei den großen akkus 6 ampere also kann auch ein bisschen schneller geladen werden üblich ist ja eigentlich das 4 ampere modell absenkbare sattelschütze generell auch verbaut bei den top modellen über den 6 1 0 haben wir noch eine besonderheit wir haben nicht klasse schlenker und vorbau wir haben dies bei scott auch ist bei den top modellen eine vorbau lenker einheit also das macht nun mal einen absolut clean look beim laufradsatz haben wir generell die mullet version mit 29 zoll vorne und 27 1 halb zoll hinten einfach um das beste der zwei welten rauszuholen stabilität hinten und vorne das schöne überrollen um es kurz zu sagen so nachdem ich ein paar meter gefahren bin möchte ich noch ein paar kleine details zeigen beim u-prox von flyer die displays die ähnlich wie beim bosch super einfach an und abgehen das ist das kleine display von fit dann gibt es das größere und als letztes noch das handy was auch rein geht mit einem speziellen adapter wir haben den 750 watt akku hier verbaut das modell in größe m wie bekommen wir den raus mit dem immer schlüssel nicht abschließbar okay so kann ich schnell rausholen brauche kein schlüssel den ich vergesse weil ich habe meinen schlüssel in der hinterradachse wie es oft so ist wir hatten schon bei anderen fahrrädern dort hinten ist ein im bus und ein kleiner torx verbaut da kann ich nun mal hier und da auch schrauben prüfen aber jetzt geht es um den akku ich schraube die dicke schraube raus oder das akku kaber samt akku also keine einzelstücke lose und zack habe ich den großen akku von flyer panasonic mit 750 watt stunden somit ist es offen natürlich deutlich leichter gerade für den heckträger etc bin ich dann nur bei ca 20 kilo 21 kilo wenn ich den rausnehmen also von daher ist es auch für viele heckträger vom gewicht geeignet wenn ich doch auch mal mehr als ein rad drauf habe ist ja immer so ein grenzfall am ende einfach wieder drauf setzen und dann wird er wieder verschraubt mit der schraube ich habe hier eine schöne ladeklappe diese ladeklappe ist auch generell einmal für den händler zum service gedacht und natürlich auch zum laden des fahrrads mit den 6 ampere ladegerät also auch schnelles laden bei den großen akkus so dann danke fürs zuhören